Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Abgeordnete, sehr geehrte Zuschauerinnen und Zuschauer an den Bildschirmen, ich hatte mir natürlich eine Rede vorbereitet, aber da die Kollegin Frau Van Dree alles aus meiner Rede eigentlich schon sehr zutreffend und korrekt vorgetragen hat, muss ich natürlich umstellen und gehe sehr gerne mal auf das ein, was hier inzwischen in der Debatte vorgetragen wurde, bin ich erst mal bei Herrn Teichner. Herr Teichner ist schon bemerkenswert, dass die AfD die studentischen Beschäftigten so wenig in den Blick nimmt, so wenig Aufmerksamkeit widmet. Vielleicht vermuten Sie, dass diese studentischen Beschäftigten nicht Mitglied der jungen Alternative sind, die ja auch teilweise vom Verfassungsschutz schon beobachtet wird. Also das wäre die Erklärung, warum Sie sich für diese Gruppe nicht so sehr einsetzen möchten. Zu Herrn Baske möchte ich noch sagen, ja, das ist schon so, wie es Frau Van Dree geschildert hat, ist, dieser Antrag geht auf eine mündliche Anfrage zurück, die mir auch freundlicherweise beantwortet wurde und aus der wir eine zeitliche Problematik erkannt haben, die wir hier im Antragsbrunnen gegossen haben, dass sie reguliert wird und es hört sich ja erst mal sehr gut an, dass das geregelt werden soll, aber nach der Antwort des Innenministers sieht es nicht danach aus. Jedenfalls nicht so, dass noch zu dem frühestmöglichen Wahltermin und das ist der erste März nächsten Jahres diese Regelung, diese Novelle in Kraft treten wird und da ist eben das Problem und insofern halten wir den Antrag selbstverständlich aufrecht und ich könnte mir vielleicht vorstellen, ohne dass ich jetzt mit der Fraktion Die Linke darüber gesprochen habe, dass wir den Punkt 1 da mal herausnehmen und lassen es bei dem Punkt 2, macht den Kohl aber eigentlich nicht fett und es wäre doch mal schön, ein schönes Signal, wenn wir das hier fraktionsübergreifend auch als Signal an die Universitäten, an die Hochschulen geben könnten. Wir nehmen das Problem ernst, wir haben es gemeinsam im Blick und werden alles daran setzen, entweder die Novelle noch so frühzeitig in Kraft treten lassen, dass das zum 1. März greift oder über Sonderregelungen, da gibt es ja wohl verschiedene rechtliche Möglichkeiten, wie mir Juristen geschildert haben, also da vertut man sich ja nichts, wenn man diesem Antrag zustimmt und nochmal zu Herrn Teichner, wissen Sie, ich weiß nicht, was daran nicht in Ordnung sein soll, dass man sich mit einer anderen Fraktion in diesem Haus gemeinsam auf einen Antrag verständigt und es war in dem Fall einfach mal so, dass wir den Antrag formuliert haben, die Fraktion Die Linke den ganz gut fand und wir ihr dann auch die Mitzeichnung angeboten haben und umgekehrt war es so bei diesem Antrag zum Sonderausschuss BER und das ist hier einfach mal eine vernünftige Zusammenarbeit, die wir hier im Haus praktizieren und dann lassen Sie doch Ihre Garstigkeiten.